Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine gruselige Geschichte aus dem geheimnisvollen Jenseits Schafzähne sollen diese Geschichte ihren Kindern erzählen, um ihnen Angst einzujagen Irgendetwas Geheimnisvolles haust in der dunkelsten Höhle des geheimnisvollen Jenseits Vor uns liegt ein wunderschöner neue Tag Und die helle Scheibe leuchtet weit Kommt und spielt mit mir Abenteuer legt man hier Und immer Wind nach Hause Bier In einem Land vor unserer Zeit Vor unserer Zeit Wie gesagt, etwas Geheimnisvolles haust im geheimnisvollen Jenseits In einer Höhle, die dunkler als dunkel ist, lebt diese gespenstische Kreatur Man nennt sie den Verborgenen Flitzer Und weiter Naja, der Verborgene Flitzer wartet immer, bis es Nacht wird Tiefschwarze Nacht Wenn ihr schlaft, taucht er an eurem Schlafplatz auf Und bevor ihr wach werden könnt Seid ihr aufgefuttert? Dann wir müssen vorsehen, Frau Verborgene Flitzer Wie sieht ihm aus? Das ist ja das Problem Niemand hat jemals einen Blick auf ihn geworfen Was? Niemals? Wieso denn nicht? Na, weil er verborgen ist Mehr als das Manchmal ist er sogar unsichtbar Was ist denn unsichtbar? Das heißt, man kann ihn nicht sehen Ja, aber wenn er unsichtbar ist, wie kann man Dann wissen, dass er da ist? Das merkt man dann schon Denn bevor er dich auffuttert Stößt er einen lauten und äußerst gruseligen Schrei aus Sagt man Au! Au! Bin er unsichtbar? Er vielleicht schon hier und wir nicht weiß Das ist unmöglich Oder nicht? Wer weiß das schon? Immer wenn du etwas siehst, aber nichts da ist Dann war das, was da war und du nicht gesehen hast Möglicherweise der verborgene Flitzer Hey, das könnte er sein Genau über deiner Schulter! Was ist das? Ja! Nur weil du unsichtbare Flitzer nicht siehst, heißt das nicht, dass unsichtbare Flitzer nicht da ist Das ist nur eine Geschichte, Petri Darum musst du keine Angst haben Der verborgene Flitzer? Lädelfurt! Lädelfurt! Zeit ins Nest zu gehen, ihr Kleinen Alles klar, Großmutter Dann gibt's heute leider keine Gruselgeschichten mehr Als ob du uns damit Angst eingejagt hättest Ähm, Rubi Kann ich heute Nacht bei dir bleiben? Ich hab keine Angst Aber Ich bin allein unterwegs Japp, japp, japp Die große helle Scheibe macht alles so schön warm Hm Ich glaube, das ist nicht normal Nein, nein, nein Spiky? Äh, hallo? Der verborgene Flitzer Du hattest auch eine? Japp, japp, japp Ich glaube, wir hatten alle böse Schlafgeschichten Nein, nicht alle War der verborgene Flitzer etwa nicht in deiner Schlafgeschichte? Wieso denn? Drei Hörner haben keine Schlafgeschichten Aber du hast doch geschlafen Also hast du auch Schlafgeschichten Bestimmt auch vom verborgenen Flitzer Aber Schlafgeschichten können einem nichts anhaben Schlafgeschichten vielleicht nicht wehtun Aber verborgene Flitzer schon Vielleicht ihr verborgene Flitzer in Schlafgeschichten gesehen Aber ich ihn genau hier gesehen Mit eigener Augens Aber du kannst nicht etwas sehen, das es nicht gibt Vor allen Dingen, wenn es unsichtbar ist Also schön, Petri Und wie sah dieser unsichtbare Gruseldino aus? Wie? Wie? Gar nichts Petri Ich weiß, dass alles, was ich über den verborgenen Flitzer weiß, nur Geschichten sind Einiges habe ich mir sogar ausgedacht Weil du Geschichte ausgedacht hast, heißt nicht, dass Geschichte nicht wahr sind Das ist wahr Aber wisst ihr, wer besser darüber Bescheid weiß als ich? Meister Plattnase Ich wette, er weiß, dass niemand nicht weiß, ob diese Geschichte wahr ist Und jetzt haben sie gruselige Schlafgeschichten von dem verborgenen Flitzer Nein, mir verborgene Flitzer gesät, ganz in echt Jetzt sagen sie ihm doch bitte, dass der verborgene Flitzer nichts weiter als eine Geschichte ist Dann ist der verborgene Flitzer wieder zurück Verborgene Flitzer zurück? Aber wenn er nie hier war, dann kann er doch nicht zurück sein Es gibt ihn doch nur in Geschichten Oh nein, der verborgene Flitzer ist keine Geschichte Ist er nicht? Es gibt ihn schon seit Generationen Ja, seit ich noch ein Nestling war Sie waren mal ein Nestling? Er geht von Ort zu Ort Aber er bleibt nie lange, sodass niemand ihn richtig beschreiben kann Und manchmal kommt er zurück Manchmal jetzt? Schon möglich, aber diesmal Diesmal will ich ihn mit eigenen Augen sehen Das letzte Mal tauchte er in den dunklen Höhlen auf dem Berg auf Zwei Tagesreisen von hier entfernt Sie wollen einen Blick auf ein Fantasiewesen werfen? Nicht ganz Ich will einen Blick auf ein unsichtbares Wesen werfen So eine Chance bekomme ich nicht noch einmal Wenn sich einem die Gelegenheit bietet Muss man sie beim Schopfe packen Ich will was ganz Besonderes sehen Auf Abenteuerreise gehen Denn der verborgene Flitzer ist wahrscheinlich wieder da Ich muss gleich los, denn es ist Zeit Hey, das ist die Gelegenheit Er war hier vor sehr langer Zeit Ich muss jetzt los Doch ist es wahr, dass man ihn nicht sieht? Ist er nur schein? Oder ganz gemein? Man muss hingehen Dann kann man's sehen Auf Abenteuerreise gehen ist wunderbar und wunderschön Das ist ganz klar, doch eins musst du verstehen Wenn du gehst, ja, dann gehen wir mit dir Auf Abenteuerreise gehen wir Ich möchte den verborgenen Flitzer auch gern mit eigenen Augen sehen Das ist der einzige Weg, um ihn zu sehen Aber du uns gesagt, dass verborgene Flitzer nicht echt ist Wieso bist du dann so angstiglich? Petri immer so Sachen nicht echt sein müssen, um Petri Angst zu machen Ich möchte ihn auch gern sehen Ich will keine Angst davor haben Wenn du mitgehst, gehe ich auch mit Wieso? Ich denke, du glaubst nicht daran Aber es klingt nach einem hübschen, entspannten Spaziergang durch die Wälder Wenn ihr wollt, könnt ihr alle mitkommen Aber fragt erst eure Eltern, bevor wir gehen Haltet Ausschau nach seinen Fußabdrücken, Kinder Sie sind unheimlich groß Oh, mehr Angst, wenn ihr das sagt Und weitaus einander Und das auch Die Gelegenheit, den verborgenen Flitzer zu sehen, hat man nur einmal im Leben Und wenn verborgener Flitzer uns aufässt? Tja, dann war das tatsächlich eine einmalige Gelegenheit Ihr Nestlinge habt viel zu viel Angst In diesen Wäldern gibt es nichts, wovor man sich fürchten muss Und wie ist es hier? Und wie sieht's aus? Alles bestens Gehen wir weiter In dieser Art Wald fühlt sich der verborgene Flitzer wohl Selbst die Baumsterne hatten wohl vor ihm Angst Auch wenn sie ihn nicht wirklich gesehen haben Damals war ich nicht viel älter als ihr Kinder Hat er gesagt, selbst die Baumsterne hatten vor dem Flitzer Angst? Verborgener Flitzer Ah, da ist er ja Ja, da ist er Spiky, wenn du jetzt einschläfst, dann kommen wieder die Schlafgeschichten Ach, wenn ich doch nur so wie Zera keine Schlafgeschichten hätte Angst zu haben ist was für Angst, Aya Angst zu haben ist was für Angst, Aya Ich bin kein Angst, Aya Und das bin ich nicht Ich wusste doch, da ist nichts, wovor ich Angst haben muss Aber du hast Angst Oder etwa nicht, Zera? Zera ist ein Angst-Ei Zera ist ein Angst-Ei Angst-Ei, Angst-Ei Zera ist ein Angst-Ei Ich bin kein Angst-Ei, klar? Drei Hörner haben keine Schlafgeschichten Was glotzt ihr denn so? Hattest du etwa eine Schlafgeschichte? Nein, ihr habt mich erschreckt, das war's Hast du gut geschlafen, Zera? Du siehst müde aus Warum sollte ich müde sein? Es ist nicht so, dass ich Schlafgeschichten hatte Denn, Drei Hörner Drei Hörner haben keine Schlafgeschichten, schon klar Ganz genau, so ist es Was war das? Der verborgene Flitzer Der verborgene, borgene Flitzer Das ist der verborgene, borgene Flitzer Sein Leben ist geheimnisvoll Und Petri angstlich ganz viel doll Doch ihn zu sehen wär wundervoll Verborgene Flitzer Bleibt dich zusammen bei mir Allesamt, wir sind nahe dran Oh Mann, oh Mann, oh Mann Habt keine Angst vor dem Biest Ich bin da, denn alles wird gut Doch seid auf der Hut Verborgene, borgene Flitzer Das ist der verborgene, borgene Flitzer Vielleicht können wir ihn endlich sehen Ich würd lieber nach Hause gehen Er ist bestimmt nur halb so schlimm Verborgene Flitzer Oh je, oh je Verborgene Flitzer Also wenn wir keine Spur finden, dann wir auch nicht finden, verborgene Flitzer Ich hab was entdeckt Oh je, Mini Diese Äste sind auf einer Art zerbissen worden, wie es nur der verborgene Flitzer tut Und seht mal Da, Fußabdrücke Gehen wir In die Höhle rein? Wir finden den verborgenen Flitzer nicht, wenn wir ihn nicht suchen Du hast doch wohl nicht etwa Angst, oder Zera? Mich ja Angst, mich warten hier draußen Schon gut, schon gut, so viel besser Also wo kann er sein? Vielleicht ist er nirgendwo, weil es so etwas wie einen verborgenen Flitzer gar nicht gibt Verborgene Flitzer Was ist das? Das muss er sein Mein ganzes Leben lang wollte ich ihn sehen Und jetzt Hab ich's fast geschafft Er wird uns auffressen Er wird uns auffressen Verborgener Flitzer, warte! Ach, jetzt ist er weg Noch nie war jemand so dicht an dem Flitzer dran Das ist doch schon was, oder nicht? Hm Vielleicht kriegen wir ihn ja noch Meister Plattnase Zuerst mal müssen wir Zera finden Zera! Zera! Wo steckst du? Erst weg, du kannst wieder rauskommen Verborgene Flitzer wieder weg Glaub ich Hm Wo würde Zera hingehen, wenn sie von hier weggehen wollte? Ich war so nahe dran Tut mir leid, Meister Plattnase Zera! Ich bin schuld, dass sie den verborgenen Flitzer nicht sehen konnten Jetzt wisst ihr Bescheid Ich bin ein riesengroßes Angstei Ich hab auch Schlafgeschichten und das ganze Zeug Hättest du uns doch sagen können Dann hätten wir es gewusst Wir sind trotzdem deine Freunde Aber Dreihörner müssen doch immer tapfer sein Dass du Angst hast, bedeutet nicht, dass du nicht auch tapfer sein kannst Ach, meinen sie? Naja, der Tapfere überwindet seine Angst Das heißt, er stellt sich seinen Ängsten So wie deine Freunde Trotzdem sie große Angst hatten Sind sie mitgekommen Um den verborgenen Flitzer zu finden Dann sind sie ja tapferer als ich es bin Ich hab nur den Schatten des verborgenen Flitzers gesehen Und schon bin ich weggelaufen wie Wow Es gibt ihn ja tatsächlich Und ich hab ihn in die Augen gesehen Ich kann es nicht fassen Die Geschichte, die ich mir ausgedacht hab, war gar nicht ausgedacht Seht ihn euch an Der hat ganz viele schöne Farben Ist denn das zu glauben? Meine Angst hat mich davon abgehalten, ihn zu sehen Mir nicht glaube, dass mir nicht weggefliegt Nein, nein, nein Hallo, ich bin Zera Er hat sich unsichtbar gemacht Er ist gar nicht richtig verschwunden Er hat sich angepasst, seht doch Er ist immer noch da Aber die Farben auf seinem Körper passen genau zu den Baumsternen Verborgene Flitzer, gar nicht unsichtbar Er nur veränderlich Vielleicht hat derjenige, der als erster meine Geschichte erzählt hat Gesehen, wie er unsichtbar wurde Ohne zu verstehen, wie er das gemacht hat Ja, ganz genau Danke, dass Sie uns den verborgenen Flitzer gezeigt haben, Meister Plattnase Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben darf Ich hatte ihn mir ganz anders vorgestellt Also, er sah völlig anders aus als in meinen Schlafgeschichten Jap, jap, jap Ich bin froh, dass wir ihn alle gesehen haben Und ehrlich gesagt hatte der verborgene Flitzer mehr Angst vor uns als wir vor ihm Genau Ihr hattet gar keinen Grund vor ihm Angst zu haben Was ist das? Es gibt immer irgendetwas, wovor unser Petri Angst hat Das leider wahr Ja Ja WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR